Ich glaube, gestern haben wir nicht einmal gegen Ace gewonnen. Ich muss mich mal an Ace erinnern. Dann wüsst du es dich jetzt. Und du wirst sie sicher nicht so schnell vergessen. Du wirst dich an mich erinnern. Die Frustration wird in diesem Match wahrscheinlich real as fuck. Chill doch mal, Digga. Okay, wir haben es gecheckt, Bro. Ich habe ein bisschen gehofft, dass sie rausgehen am Anfang. Ja, der Ace ist auch noch one. Das stimmt jetzt nicht so krass. Der Ace hätte ich auch Solo gefickt. Ich hätte Slick's nie helfen. Was ist das denn? Let's go. Aha, dahinten. Fuck. Stopp, das ist. Er ist oben. Er ist genau in seinen Denkern gelaufen. Ich war nur drei. Ich konnte nicht an jemanden weglaufen. Nein! Ace is one! Er bringt rechts lang. Ja, ich bin gut. Niemals. Slick hat gegen Ace verloren, obwohl ich ihm sogar einen Headshot gegeben habe. Bro, Digga, man kann doch nicht so throw'n. Dingga, pusht mich dann, du scheiß Lane. Du flägt schon wieder. Nö, aber so schlimm sind die jetzt nicht. Kannst du easy gewinnen. Hm. Hm, alles bei dir. Digga, was lau warst du? ich hab nicht mal respekt vor denen ich hab respekt vor kein aber ich sehe einfach nicht dass wir gegen slicks gewinnen er mit slicks gewinnen ich sehe es einfach nicht diga er ist explodiert ich habe sogar beide geholt und slicks was macht ihr er ist mit dem spark ich spiele diese heutigen tripmains er ist one shot und auf b da sind aber zwei ich zu schnell rein pushen jetzt kommt ich habe die wohnen hinten noch steht mit am weg machen ich hab den wohnen ich will reinrutschen auf einmal drückt mich jemand durch gegen die wand rutsche diga ich fick mein leben das kann doch nicht sein dass keiner trifft er muss das auch fliegt ich hab den rechts fliegt ich habe einen und ich bin gut von rechts die scout alter Okay, aber 1v1s gewinnen die nicht. Ne, ne, ne. 1v1s gewinnen die nicht, aber solange wir Slicks am Arsch haben, ist es halt... Er hat sich gar nicht so schlecht gehalten, aber er hat mich schon ein paar mal gefickt. Stark. Ey, dein Ernst? Das Messer hat sich richtig gedreht. Oh, er spielt jetzt auch Explosive Payload. Spielst du den Scheiß? Ich spiele Ausrede. Warum steht er so eine Kaffe? Ja. 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 die snipes getroffen alter alles jetzt habe ich auch gleich junge das wird das fall der feine schaut und diese runde wieso brauchst du jetzt benutzt denn so ein kill jetzt im outside park dann nehme ich und du zielst ich habe nicht auf dich gehört ich hätte hören sollen let's go let's fucking go aber jetzt warte ich will nicht noch mal gegen dich